Salve a tutti, mein Name ist Christian Schlegel, wir haben Freitag, den 20. März, es ist 17.46 Uhr, hinter uns liegt eine erneut sehr heftige Woche und wir hatten heute den großen Verfalltermin. Die Hexen flogen umher, immer die umsatzstärksten Tage. Es war auch vom Volumen her sehr heftig und deswegen müssen wir uns jetzt die Geschichte mal anschauen. Vor euch liegt der DAX, eine Kerze, ein Tag. In diesem Fall habe ich es mal gezogen von rund 2009, Ende Finanzkrise, nur dass man diese Retracements mal sieht. Und damit gehe ich jetzt schon wieder deutlicher in den Chart rein. Wir haben das 50er durchbrochen, das 50er Tracement durchbrochen. Wir haben uns mit diesem Chartpunkt hier beschäftigt. Der war von Anfang 2016 und wir sind noch tiefer gegangen auf den von Ende 2014. Also insgesamt schon eine extrem heftige Bewegung. Ich hole die jetzt einfach mal näher ran, dass man sie besser sieht. Der Chart ist löchrig wie ein Käse. Das ist ganz, ganz schwierig. Hier gibt es ein Gap nacheinander. Und diese Märkte haben natürlich die Angewohnheit, dass wenn sie mal ordentlich gefallen sind, dass sie auch sie heute mal eine ordentliche Gegenbewegung machen. Da waren ein paar ganz harte Bewegungen dabei. Gucken wir uns mal so ein paar an von den Freunden hier. Zum Beispiel Deutsche Börse. Von rund 160 unter 100 Deutsche Börse. Ich weiß nicht, was hat die denn bitte mit Corona direkt zu tun? Also direkt nichts. In dem Zusammenhang, es wird immer wieder gesagt, ja, wenn viel Volumen ist auf Xetra oder wo auch immer, das sei gut für Deutsche Börse. Klar ist das nicht schlecht. Aber wenn Sie jemals auf die neue Besuchergalerie gehen werden, werden Sie hoffentlich einen Vortrag hören, der auch schon bei der letzten Besuchergalerie gehalten wurde. Sehr schön, ich habe den auch mal gehört. Die reinen Umsätze, die machen höchstens 7 Prozent aus. Vielleicht sind es jetzt 8 Prozent von der Deutschen Börse in deren Bilanz. Der Rest ist über die Lizenzierung der verschiedenen Indizes. Also ich lasse mich da nie verrückt machen, wenn da mal ein bisschen mehr Umsatz ist oder nicht. Das stört die herzlich wenig. Stören oder bringt denen. Ich lasse das nicht so hinschauen. Hier, nächster Wert. Around Town. Von 9 runter auf 3,50. Juhu! AXA. Auch eine ganz heiße Geschichte. Von 25, fast 26 runter auf 11,80. Oder hier auch einer meiner Lieblingscharts der letzten Tage. Das sind die Porsche. Ich nehme jetzt also von Vorbeginn der Corona-Geschichte 70,5, fast 71. Auf 28,5. Also da sind schon ein paar wilde Geschichten dabei. Kennen Sie das hier noch? Uralt. The Boy George. Ja, It's a Miracle. Hat er sich damals gesungen. Das ist jetzt, glaube ich, auch schon 40 Jahre her. Ja, hoffentlich nur 35. Also wie auch immer, da waren schon ein paar ganz, ganz wilde Bewegungen dabei. Wir gehen zurück auf der DAX. Das ist die gesamte Bewegung hier. Und die tut einfach weh. Rein vom Chart her. Die Bänder haben hier, das ist Ende letzter Woche, Anfang dieser Woche, haben sie gedreht. Das obere der Bewegungen und Gegensätze hat gedreht. Ging hoch. Das heißt, wir haben jetzt hier momentan eine Mini-Seitwärtsphase. Schöner zu sehen über den Stunden- oder 4-Stunden-Chart. Relativ breite Range. Runter von 8.250 hoch bis zu über 9.000. Aber es ist eine Seitwärtsphase. Mehr ist das gar nicht. Die Gleitendurchschnitte sind nach wie vor negativ. Wir haben ein sehr schönes Bild über das MACD. Entlastend. Leicht positiv. Das heißt, wir können hier über diesen Doppelboden im Bereich von 8.250 eine Unterstützung gefunden haben. Und wir legen auch jetzt endlich mal mit der Stochastik, das tun ganz viele Werte, in der Nähe der 20. Wenn die 20 hier durchgeht und wir kriegen hier noch ein kürzeres Histogramm, möchte ich fast behaupten. Wir sehen relativ schnell die 20-Tage-Linie wieder. Die verliert momentan, jetzt bitte zuhören, das ist kein Versprecher, rund 250 Punkte pro Tag. Da sind wir bei rund 10.000 Punkten am Mittwoch. Das sind wir ungefähr hier. Das ist nicht so viel. Es ist wirklich nicht viel. Das geht ganz, ganz schnell. Es braucht nur einer die Hand zu heben. Wie ich das letzte Woche schon sagte, ich habe jetzt hier einen Impfstoff. Lass den uns produzieren und dann hängen sich alle dran und dann wird das auch passieren. Ich weiß nicht, was über das Wochenende passiert. Also man überlegt ja diese ganzen Ausgangssperren. Bayern legt vor. Mittlerweile, ich laufend piept mein Handy über NTV. Hier gibt es was Neues, da ist der Ticker, hier ist was. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was momentan der Stand der Ding ist. Ich weiß es nicht. Ich finde, dass wir hier insgesamt eine recht gute Unterstützung haben. Mein Extremst Ziel nach unten wären die 7.500. Aber das sehe ich jetzt in den nächsten paar Tagen nicht. Wir haben hier über dieses Ding einen schönen Doppelboden gebildet. Und der liegt hier so im Bereich 8.242. Denken Sie bitte nicht auf den Punkt fest. Und deswegen glaube ich, dass wir uns tendenziell eher nach oben bewegen werden. Ich denke, wir haben genug gelitten. Das war ein ordentliches Blutgeld, was wir gezahlt haben. Und ich kann das, weil ich kriege relativ viel Antragen. Von wegen, ich habe gar keine Aktien, was soll ich machen? Wer keine Aktien hat, ich bin nach wie vor der Meinung, der muss sich jetzt welche holen. Wenn ich jetzt, wann denn dann? Er kauft keine Allianz bei 230, sondern bei 130. Er kauft keine deutsche Börse bei 160, sondern um die 100. Und, 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 und. Ich muss ja nicht unbedingt die Werte kaufen, die jetzt wirklich Corona-nah sind, wie Lufthansa oder TUI. Das ist da schon ordentlich wie Zocken drin. Aber es gibt auch die eben genannten, die Immobilienwerte oder so. Also, es gibt Aktien, die sind fundamental absolut sinnvoll. So, dann gucken wir uns jetzt mal die Scheine an, was es hier gibt. Ich verdreite die Ansicht, dass hier ein Boden ist. Deswegen suche ich Scheine, wenn ich der Meinung bin, dass der Markt weiter hoch geht, die da drunter liegen, die nicht ganz so gleich gefährdet sind. Ich habe hier was mit dem 12er Hebel. Das ist von Goldman Sachs, die GB7PV8. GB7PV8. Das ist ein 8143er. Liegen wir also hier drunter. Das wäre eine Geschichte. Wie gesagt, im Moment ein 12er Hebel. Gucken wir mal nach dem Short. Ist momentan nicht meine präferierte Richtung. Tja, wo setze ich denn einen Short? Den muss ich hinter der 20-Tage-Linie setzen. Und am Montag ist die schon bei 10.500 ungefähr. Also setze ich ihn da hinter. Und da gehe ich auf meinem Hebel ein bisschen runter. So, was hier das passt. 10.666. Das ist GC0B7Z. GC0B7Z. 10.666. Da sind wir ungefähr hier. Also am Montag ist die 20-Tage-Linie hier drunter. Also wir sind trotzdem dahinter. Das wäre was. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Dass ihr euch die Hände wascht. Ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye. Bye-bye.